so leute alter neue runde neues glück alter mit unserer biochemie waffe die saturn betrieben direkt rein da in die olle da ist ja ein mikrofon ein bisschen beiseite bruder mal gucken was jetzt abgeht hier der der tag hat vor lange noch geschossen also ich habe es vor lange noch gehört obwohl ich schon weg war was das denn gott alter war das ein sniper shot ich weiß gar nicht was wir für modus spielen das ist ein bisschen kacke wenn du so ein random server zockst was habe ich denn jetzt hier aufgehoben ich will meine alte waffe zurück nein oh man was ein miss direkt verloren weil waffe kacke ist das ist ja ein drecksmodus hier egal egal kriegen das hin leute schönen doppelabschluss geholt stimulanz in meinem gesicht weiter immer schön weiter die orga weg super lang oh nein warum stimuliert er sich denn jetzt ach leute ich wollte kuh mit kuh stimuliert man sich und ich glaube im battlefield macht man mit kuh dass man andere leute markiert deswegen habe ich gerade mich stimuliert mein muskelsächtnis fickt mein kopf ein bisschen ok 67 noch drei level mit dieser drecksfugensunnenwaffe dann habe ich für wofür sind eigentlich full freigeschaltet nicht angeschossen jungen wo war der denn warte 1 2 und 3 modiker der arme er will einfach nur spiel mit sporn in seinem gesicht alter auch noch im strahl modiker der hätten auch ehrenlosen spot gerade bekommen auch ehrenlos geholt alter ok einfach fresse nicht so gut aufreißen dann ist alles gut die sporn sind aber anders ehrenlos ok der müsste also jetzt hier da oben sein ok ja lass mich doch hier lang ok nice nice von wo von da oben ok leute die kommen auch direkt rein alter ufer olaf boah schon wieder so mies von der seite ich glaube die map ist auch einfach zu klein hier gerade ich habe da einen gesehen ich habe da einen gesehen boah hat mich auch gesehen wahrscheinlich 23 13 Uhr alter was ne scheißrunde ich musste einfach alles tot sprayen schön Kopfschluss gegeben ich wurde jetzt entdeckt da mache ich erstmal muni kiste hier hin dann schön was in die luft schicken und wieder zurück ah ok das war doch jetzt ein trockenes 28 zu 13 zum reinkommen als erste runde leute könnt ihr doch gar nichts dagegen sagen auch wenn man gar nichts sieht in meinem t-shirt weil das grüne ist aber heute hat es wieder geschneit deswegen muss noch ein bisschen den abstrich immer so ich hoffe die leute wissen wie noch was gut ist ich gebe einen kleinen impuls oh digga gönnt ich diesen kill ja ey das war die beste runde des spiels eindeutig team mvp mvf wer ist das den wollen wir nicht die wollen wir auch nicht den bre den wollen wir jetzt direkt den ersten impuls geben dann kommen alle zu mir komm komm digga heist go heist go ey einfach machen die nix ok dann bleibe ich mvp ok ich habe mich selber zum mvp gevotet bin ich fein mit ja aber das war eigentlich eine geile runde würde ich sagen also könnte echt schlimmer laufen mal gucken was ich jetzt noch bekomme battle pass level echt langsam ein zwei level gehen jetzt auch nicht mehr ganz so schnell koopa karabiner what the fuck wann habe ich den gespielt ich hatte doch gar nicht benutzt also ich habe kein kill gemacht egal okay mp 40 boah miestiger ist die auf level 69 jetzt das heißt ein level noch ok perfekt ein level noch dann habe ich soweit ja leute dann gehe ich erstmal wieder raus und wir sehen uns später tja ich streame jetzt wieder beziehungsweise ich bin ja schon am stream aber das kommt nicht auf youtube up the frame baby mama turn on me then i'm insane if i got her then i got her in my brain it's too late think i love her when i lost her in the shade i been moving i been moving too fast catch a break man i really need to rest